Aber doch schlagt niemals den Rat eines Lehrmeisters aus. Ich selbst hatte eine ähnliche Kindheit und bin vielen Lehrmeistern gefolgt und sie haben mich schließlich hergeführt. Folgt den Rat derer, die weiser sind als ihr und ihr könnt nicht viel falsch machen. Ihr seid ja schon eine lustige, sehr auffällige Truppe, muss ich sagen. Gerade euer großer allantwanischer Freund da drüben. So wie der trinken kann, zusammen mit dem kleinen Tulamiden. In der Tat, der Reichsgroßgeheimrat schätzt seit jeher die Fähigkeit meiner Kameraden und mir, die besten Leute für den jeweiligen Auftrag in der Hand zu haben. Der Zwerggegner gehört doch auch zu euch, oder? Er hat uns die Lanze finster fangebracht. Und er tat, auch wenn er dieser Tage seinem König wieder dient. Nun, wenn ihr sie näher kennenlernen wollt, falls es der Rahmen dieses Turniers nicht erlaubt, werden wir in den nächsten Tagen eine Spendenveranstaltung zugunsten der toborischen Flüchtlinge veranstalten. Eine Gala mit einem Theaterstück, bei dem wir natürlich Ausschnitte aus unseren Heldentaten präsentieren möchten. Und wir wären doch sehr angetan, wenn eure karselische Majestät uns ihre Auffahrtung machen würde. Was denn für Flüchtlinge? Und die Massen, die oben in der Roskopele vor den Toren sitzen, sie leiden doch manchmal sehr oft und manchmal sehr wenig, darunter aus ihrer Heimat vertreten worden zu sein. Und die sitzen alle oben im Norden von Garret? Nicht nur, aber sehr viele von ihnen, ja. Viele können nicht arbeiten, ich meine, der Tobria ist kein großer Handwerker und kein Wissender. Der Tobria ist ein grundständiger Bauer und ihn hat man als Land geraubt. Was können sie dort oben in der Stadt schon tun? Senorita, wir haben selbstverständlich auch einige Almadanische Bettler, die wir in der Stadt haben. Denn vor allem im Süden plagt die Almadana große Armut und auch sie bedürfen natürlich einiger Zuwendung, wenn ich das so sagen darf. Natürlich, auch ihnen, ja. Es gibt viele Leute, die dieser Tage Hilfe benötigen und jede Hilfe, die wir bieten können, wollen wir bieten. Sei es nun durch Spenden oder sei es nun dadurch, ihre Heimat zurückzuhauen. Wenn wir Glück haben, peines auf andere. Mis Amigos, hay una guerra. Es gibt Krieg auf den Straßen und man sollte dieses Ungleichgewicht nicht dazu fördern, um Geld auf sie zu werfen und den Krieg zu einer Seite kaputt zu machen. Glaubt mir, Dom Eslam, es ist mitnichten unsere Absicht, den Krieg auf den Straßen Garret zu befördern. Wir wollen, dass hungrige Menschen essen können. Und dass die, die den Willen haben, auch anschließend die Kraft und die Mittel haben, ihre Heimat zu verteidigen. Sei es ihre neue oder ihre alte. Es wäre ja ein poter und prudente. Es wäre so unklug. Selbstverständlich habt ihr recht. Etwas, das wir vielleicht noch nicht bedacht haben. Natürlich gibt es auch andere Menschen. Wenn wir den Menschen helfen, dann sollten wir allen helfen. In der Tat. Ich habe gehört, die Pfeile des Lichts teleportieren sich in die Feste von irgendwelchen Schwarzmagiern rein und verbrennen dann alle da drin und teleportieren sich dann wieder zurück. Ich habe einmal gesehen, wie jemand so etwas mit... im weitesten Sinne mit einem Schiff gemacht hat. Es war voller Piraten. Er schnippte mit den Fingern, dann hörte man einige Schreie und anschließend waren sie alle tot. Die Werte, mein Kistler steckt voller Überraschung. Schon interessant. Und ein... Ein von der Rabengarde oder was ist der aller Anfahne? Ich denke es. Leomar ein paar Mal über sie schimpfen hören und... Na gut, der alte Leomar. Carinor, wie hießen die noch gleich? Irgendwas mit Steinen, oder? Man nennt sie die Basaltfaust. Eine der... Nun... Prestigereichsten und... Auch gefürchtetsten... Söldnerheere... Des ganzen Südens. Ihr Name ist weit und breit bekannt und ein Einzelner von ihnen kann... Schon Furcht in die Herzen unserer Feinde treiben. Ja, zumindest hat der Reichserzmarschall ziemlich über sie geflucht. Müssen große Krieger vor Rondra sein. Also gut, dann... Zu so einer Zeit in der Wüste haben sie mal einige Probleme gemacht. Ich werde mit meiner Mutter sprechen und dann... Komme ich wie gleich vielleicht zu eurer Party. Das würde uns sehr freuen. Natürlich erhaltet ihr noch eine offizielle Einladung. Ja, vielen Dank. Dann... Tom Eslam, wenn... Die... Sie überlegt kurz... Nein. Wir werden uns jetzt verabschieden. Sie macht einen Knicks vor euch. Eile, dass ich irgendwie mich verneigt habe, bevor sie ihren Knicks fertig hat. Ja, sie überlegt auch, ob das richtig war, ob man überhaupt knicksen muss. Sie ist da wohl tatsächlich gerade am überlegen. Und geht dann mit Tom Eslam. Ihrem Herzen schlägt Rondras Gefänglichkeit. Das ist schon mal gut. Ich meine... Die Reichsbehüterin in allen Ehren, aber... In diesen Zeiten brauchen wir, glaube ich, jemanden, der mit dem Herzen mehr bei der Sache ist. Nun, ich denke, wir brauchen jeden. Während ihr zurück zu den anderen geht, könnt ihr noch einmal Rohayas Bruder sehen. Der, der verträumt in der Gegend herumsteht, hat wohl den Blick nach oben in Richtung des Himmels gewandt. Kann ihn natürlich nicht sehen, aber scheint er wohl irgendwas zu flüstern. Zumindest bewegen sich seine Lippen. Neben ihm steht immer noch Alara. Ne, Alara steht neben ihm und scheint das zu ignorieren. Auch viele weitere Hofdamen und natürlich auch weitere Pagen drumherum, damit er da nicht ausbüchsen kann. Und auch Stygomar, der Boron-Hochgeweihte, steht auch daneben was drauf auf. Aber naja gut, wenn man jetzt so Selindian mit Rohaya vergleicht. Beide sind irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, naja gut, Rohaya mit 18 jungen und unerfahren. Vielleicht gibt es nicht das noch. Der jüngere Bruder Selindian einfach enterrückt und ja, Boron einfach nahe. Das merkt ihr auch hier. Ob das zum Regieren reicht? Das sind so die Gedanken, die ihr natürlich nicht lauter aussprecht, aber während ihr dann zu den anderen hinzugehen tretet. Wenn ihr die sich da unterhalten habt, möchte ich gerne den Zwergenkönig eingeladen haben. Besten, wenn er gerade wieder an... Ich nehme mal an, er erzählt Geschichten. Klar, er erzählt immer Geschichten. Ja, wenn der gerade fertig ist... Ach ja! Bevor ich es vergesse... Warte, warte... Ja, richtig, richtig. Wir machen so eine Spendengala. Habt ihr da... Kommt ihr da? Ich könnte eure Meinung wohl brauchen. Gibt's mehr? Ja, natürlich. Wann ist das? Aber es ist wichtig... Am dritten. Ja, genau am dritten. Gegner, schreibt das mal auf. Ja, aber können wir dir ein bisschen früher auftauchen können, das wäre gar nicht schlecht. Ich habe ja gehört, ihr wart früher mal ein großer Söldner. Wir haben nämlich einige Sicherheitskräfte angeheuert und dann wollte ich zusammen mit den Chorgewalten, wenn ihr euch auch beteiligen wollt, einen Sicherheitsplan erstellen. Wisst ihr? Sicherheitsplan? Ja, richtig. Ein schneller Eingreiftruppen bereitstellen. Dementsprechend die Bewachung der gegenüberliegenden Häuser und ähnliches. Vorbereitung. Wir können auch ein paar Tunnel und Stollen bordeln, wenn ihr wollt. Das ist eine gute Idee, aber das ist zu kurzfristig. Habe ich aber auch schon dran gedacht. Ein Fluchttunnel ist nie schlecht. Aber sicherheitshalber, ich meine, wenn irgendwas passieren soll, Tunnel sind immer gut. Ob wir die zum Fliehen oder zum Angreifen benutzen, einerlei. Gegner, schreibt mal auf, dass wir fünf Schaufeln mitnehmen. Spitzhacken. Finde ich gut, weil dann bräuchte ich mich da so gegen zwölf oder so mit den Chorgewalten treffen und dann wollte ich einen ersten Sicherheitsrundgang machen, den Plan erstellen, wo wird wer eingesetzt. Wisst ihr, kennt ihr bestimmt. Gut, ich bringe ein paar Pioniere mit. Finde ich gut. Wir graben das alles um. Wo ist denn das? Was auch immer nötig ist, im Namen der Sicherheit. Wo ist denn das? In den Thermen, diesen Kaiser-Irgendwas-Thermen. Wie heißt die Scheiße nochmal? Wasser? Ja, warte mal. Ömer! Ja. Ömer! Komm mal ran auf den Meter. Ömer, komm mal ran. Das ist ein Bril auf den ganzen Laden. Das ist mega. Dann kann ich durch Wasser botteln. Ömer. Ömer. Wie heißt nochmal diese Therme? Nach diesen Kaiser wurden die benannt. Bardo und Schiller-Thermen, glaube ich. Das ist es. Bardo und Schiller-Thermen. Die fetten Säue. Ja, gut, dass Reto die rausgehauen hat. Ja, also ich denke, da wäre eure Art ganz hilfreich. Was geht denn? Ja, ich habe ihn eingeladen, dass er sich an unserem Sicherheitsrundgang beteiligt. Willst du auch mitmachen? Bardo war so eine fette Sau. Hab ihn nie getroffen. Bist du ja schon tot? Keine Ahnung. Bardo? Keine Ahnung. Ihr kurzlebigsterbt sowieso immer so früh. Wann habt ihr denn das letzte Mal gesehen? Na ja, vor 60 Jahren oder so. Na, dann ist er bestimmt tot. Naja. Ich glaube, von seiner Schwester habe ich gehört. Ich glaube, die ist ja in einem Hühnerknochen oder so gestorben. Er ist in ihrem fetten Hals stecken geblieben. Als Kaiserin. Müsst ihr euch mal vorstellen. Tönt euch mal vor, da sitzt so ein Hochkönig der Zwerge. Sitzt in seiner Ahnenhalle. Und dann fliegt ein Vogel irgendwo rum durch Xordosh, weil der da irgendwie reingefallen ist. Und stellt euch vor, dann stirbt der Hochkönig an seinem Bier, weil er sich verschluckt und das irgendwie in die Lunge kriegt. Aber wenn's nicht. Ja gut. Die verlieren ja auch ihre Kaiser, also. Das kann man schon dazu noch sagen. Richtig. Ja, willst du dann auch mitmachen, Ömer? Ich könnte deine Meinung wohl brauchen. Äh, wobei denn? Wir machen, bevor wir die Thermen mit den Söldnern sichern. Dann wollte ich einen Rückgang machen mit den ganzen Pryos-Gewal... Ähm, Quorgeweiden. Entschuldigung, Entschuldigung. Kannst du da haben. Und dann wollte ich einen so richtig als Plan erstellen, weißt du? Du hast ja viel Ahnung vom Bogen schießen. Dass du mir vielleicht so ein paar Reichweiten-Tipps und sowas gibst. Wo müssen wir darauf achten? Wo könnte jemand stehen und jemand schießen? Soll ich Arthalerie mitbringen? Habt ihr welche da? Klar, ich kann ein paar schwere Rotzen und Feuerlanzen kann ich alles oben stationieren. Finde ich super. Machen wir. Gebt mir zwei Tage. Gut, weil ihr es seid. Ich mach's auch in einem Tag. Ja, ich glaub, wann... Welcher Tag ist heute? Wir installieren wieder schwere Rotzen und Feuerlanzen, Drachenzongen. Installieren wir oben auf den Thermen. Finde ich perfekt. So ist die Einstellung. Also, Ömer, kommst... Kommst dann mit? Dann kannst du mir ein paar Tipps geben und so. Du hast ja mehr Ahnung vom Bogenschießen als ich. Ich kann dir da gerne aushelfen, dass ich dir das sage, was ich glaube, was man als Bogenschütze noch gut machen kann. Was gefährlich ist. Also, auf welcher Reichweite und so. Ja, kann ich dir gerne ansagen. Okay, super. Kannst du gerne anschauen. Finde ich top. Wenn die noch immer einladen, die würden einen Toposanfall kriegen. Naja, das ist mir ja egal. Ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig den Witz macht. Warum wird die einen Toposanfall bekommen? Steht die nicht so sicher? Was? Ne, wenn die kommt und sieht, dass sie hier mit Feuerlanzen oben auf den... Und Geschützen oben auf den Thermen... Was? Die wird bestimmt einen Toposanfall kriegen, wenn die das sieht. Guter Witz. Also, ihr habt doch bestimmt auch irgendwie ein paar eigene Männer dabei. Da können wir die Männer nochmal ordentlich antreiben. Entschuldige mich mal kurz. Ich muss mal kurz weg und immer geht Richtung Yalan. Ach, immer. Da bist du ja. Wir haben gerade mit. Richtig Yalan. Yalan, vielleicht. Vielleicht solltet ihr nochmal ganz kurz mit Raffin reden, der gerade den Zwergenkönig dazu beredet, schwere Schiffsartillerie auf dem Dach der Bade und Schellaterpen installieren zu wollen, für die Feier, zur Sicherheit. Also wirklich schwere Rotzen. Rotzen und diese Dinger, die so eine Flammenzunge machen. Ömer, vergiss nicht, dass wir hier auch noch boddeln wollen. Steil. Wo habt ihr hierher? Lass mich. Danke, Ömer. So was habe ich nicht. Meine Helmbrotzen. Carino, kommt mit. Ich brauche euch hier mal. Und die wollen auf jeden Fall Schaufeln mitbringen, eine ganze Menge und anfangen zu buddeln. Pün! Alwrax, Alwrax, Alwrax. Geh mir erst mal ein Bier. Wollt ihr euch auch an dem Sicherheitsrundgang beteiligen? Ich wollte euch erst auch fragen, aber ich dachte mit eurer Preihoseinstellung, da wird es doch nicht lustig. Geh mir erst mal ein Bier. Ja, warte. Warte, warte. Wo ist denn das Fässchen? Hier ist das Fässchen. Hier, nimm gleich aus dem Fässchen. Da trinkt sie es besser. Ich glaube, ich brauche jetzt auch ein Bier. Warte, wir haben noch ein zweites Fässchen. Du merkst, Raphim haut in das andere Fass rein und reicht es dir. Trinkt direkt aus dem Fass, ist kein Problem. Ich mache das dann auch. Isaron und Abelmeer sind da auch da? Oder wo laufen die rum? Bestimmt merken die gerade hintermallt. Ich würde einfach mal jetzt eine große Runde machen und ein bisschen Gerüchte streuen über das bevorstehende Fest und die Explosivität und wer alles eventuell kommen könnte und würde. Wir hatten uns ja halt so eine provisorische Gästeliste überlegt und wer da draufsteht, dem Smalltalken wir mal an. Dann ist ja auch natürlich interessant für alle anderen. Zählt doch mal, wen ihr gerne dabei haben wollen würdet. Einfach mal abwechselnd vorlesen, damit... mit Rang und Namen. Also auf der ganz oberen Liste steht natürlich Rohaja von Garret, Königin von Garitien und Prinzessin des Mittelreichs. Genau, ihre Mutter darf dann natürlich auch nicht fehlen. Eben an die Bännerin, Reichsbewahrerin. Ja, also zumindest der Form halber. Man muss auch die Einladung raus. Ob die Zeit hat, wahrscheinlich eher nicht, aber gehört sich. Ja, und dann haben wir natürlich Abelmiers bekannten, Hagrobal Gunfrin vom Großen Fluss. Den würden wir gerne dabei haben. In den Paligan wurde ja schon von Yala eingeladen, deswegen gehe ich über zu Trottwig von Bregelsaum. Maggraf, Warung oder ehemaliger Maggraf. Na, 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 na. Er ist immer noch der Maggraf von Warung. Gut, aber Warung, aber er ist für besetzt insofern. Das solltest du nicht so laut sagen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das ist ja richtig. Ja. So. Einen Moment. Oldeburg von Weiringhaus. Der Burggraf der Raulsmark. Ja, wir haben uns, ja, mit Hochkönig Albrax haben wir uns ja schon angefreundet und Rachim hat die Einladung ausgesprochen. So, dann Orsino von Falkenhag, Frauenheld und Graf auf dem Krosch. Genau, der hat ja schon mal Iserron auf sein Landhaus eingeladen. Am Angbarer See, bitteschön. Ja, und dann steht auf unserer Liste auch noch Danus von Luring, den König der Ritter, den würden wir natürlich gern dabei haben. Und der hat uns ja auch von Falk vom Isenborn erzählt, dem Drachentöter. Der darf auf einer Drachentöter-Gala auch nicht fehlen. Mit seinen 16 Jahren als Knappe. Ja, man muss so dran kriegen, wenn sie jung sind. So, dann Ludal von Wertlingen. Den Jalan, der schon in der Kathedrale des Lichts getroffen hat. Der Bewahrer oder der Grabwahrer von Brin, von Gareth. Ja, der Reichserzmarschall Leomar von Berg darf natürlich auch nicht fehlen. Anzwillen von Rabemund, der Jüngere. Burgra von Burgrabenund. Und den wendänischen Grafen Lidpan von Dabonia, der sich sehr um die tuberschen Flüchtlinge kümmert. So, so. Auf der kirchlichen Ebene folgte dann Perainfried, segensreich Vorsteher des Perainetempels zu Gareth. Auch schon. Den kennen wir auch schon. Genau, ganz genau. So wie Rondrasil Löwenbrand. Der hat natürlich viel zu tun, aber eine Proforma-Einladung muss einfach sein. Vielleicht hat er ja doch Zeit für uns. Ein bestimmt guter Freund, zumindest hoffe ich, dass sie hinzugeben wird. Raferiam vom Islamsagen. Hochmeisters Bandschaller und Großinquisitor. Zur Jalansfreude. Genau, und wenn wir schon beim Jalan sind, haben wir natürlich auch noch Leonida von Bubenholzieren stehen. Auf unserer Liste. Und die Bahnstrahlerin Griffkurga von Auralet, die netterweise ihre Lanzen angereicht hat. Wer natürlich nicht fehlen darf, ist die ehrmürdige Mutter, Walgrid. Wie ist die Vorsteherin, das Trageattempel in der Roskoppel. Über die wir hoffen, die Gewinne, die eventuell durch diese Gale entstehen, verteilen zu können. In Form von Getreide etc. So, dann dürfen die anderen auch gerne mal die Magier und andere Ausländer, Funktionäre, angesehene Bürger mal mitmischen. Wir geben die Liste mal weiter an Kiaras Ömer Rafim. Ja, unter den Magiern darf natürlich nicht fehlen Jeref Ibn Jasafar, der Erzmaier und die ehemalige Spektabilität von Rashtul. Und der Jigbar Al-Karachem. Spektabilität der Akademie der Erscheinung zu Grangor. Und fast Spektabilität geworden, ja damals in Zorgarn. Was wollt ihr von einem Grangorer Illusionisten? Was erhofft ihr euch da? Nun, es gab einmal die wahnsinnige Theorie unserer beiden Magier in der Gruppe, dass Jigbar Al-Karachem, der Mann, der unheimlich gut in der Illusionsmagie ist, vielleicht auf unserem Turnier, äh, auf unserer Spendengala, ein wenig von seiner magischen Kunst, seinen Spezialitäten zeigen könnte. Das war die grundsätzliche Idee, die man da mal anfragen konnte. Ich glaube, die Hoffnung ist, dass er anfängt zu zaubern, wenn er genug so läuft. Das kriege ich hin. Das ist natürlich die zweite Möglichkeit, dass wir versuchen, ihn mit Zechen zu überreden. Dann kommt noch Rakala von Horsen Rabenbund, der erste Hofmargus. Die erste Hofmagierin. Ach, die erste, ja. Die erste Hofmargierin, danke. Genau, das ist diejenige, die der magischen Rüstung vorsteht. Eine Vorgesetzte von Eldan Gorbas, falls ihr ihn irgendjemand noch kennt. Aber die hat schon lange abgestorben. Der nächste. Dann haben wir natürlich Melvin Störrebrand, mit dem wir schon einige Kontakte hatten, und der in der Zeit das Amt des zweiten Hofmagiers bekleidet. Genau, zweiter Hofmagier. Und in diesem Moment vermutlich dem Schwarzen Ritter seine Geheimnisse auspresst. Isaron möchte auch ihren Chef einladen. Na klar, also, natürlich, Seidorf Horslerin muss eingeladen werden. Vorsteher der Weißen Gilde und der Akademie Schwert und Stab. Und dazu noch die Hauptfrau der Pfeile des Lichts, Sagitta da Sambra. So, jetzt kommen die ganzen Ausländer und Funktionäre. Eine ganz wilde Liste. Der wichtigste von denen ist wohl Thornheisinger samt Familie. Thornheisinger, der Heldenschmied, kennen wir schon. Abelmir, wen haben wir noch so? Ich wurde noch nominieren, Lando Gerano, Spektualität zu Betana. Dein Vorgesetzter? Mein Vorgesetzter, sowie den Baron Lumin von Arivor, ein ehemaliger horatischer Botschafter in Gravet, bzw. in Pony. Rafim, haben wir noch irgendwelche Granden oder Grandenfamilienteile? Die Familie Carinor wird vermutlich eingeladen von unserem Vertreter Cariaras Carinor, der seine eigenen Verwandten einigt, die hier wohl Botschafter sind. Und Igna laden wir natürlich ein, aber ich nehme an, der kommt mit dem Hochkönig zusammen, also es sollte schon geregelt sein. Der kommt mit dem Pionier, so den Schaufel. Ich bin echt gut. Carias, Erzfeind, ein bisschen mehr rein. Erzfeind, sagst du? Ja, Äh, Agiope, Padigan, noch ein Padigan. Kaiserliche Marschallin und Hofkämmerin. Genau, das ist diejenige, die sich um Alara Padigan kümmert. Die irgendwie nicht auf der Liste steht. Haben wir die vergessen? Wir haben Alara Padigan vergessen. Wir haben Alara Padigan vergessen. Wir werden nicht Alara Padigan vergessen. Die kriegt auch eine Einladung. Die Großmutter von Selendian, richtig. Also wenn Selendian kommt, wird sie vermutlich auch kommen. Und Bruderstück, Oma, höchstwahrscheinlich auch. Ja, richtig. Damit fühlt sich die Liste. Damit sind es ein paar Ästen mehr. Vorausgesetzt, dass Saldo Fossler hin und so kommen. Die Karinors, die der Stadt residieren, sind Kalman Karinor, der Botschafter und meisterlicher Tauber nichts. Und Olero Karinor, der hochgeweihte des Buron-Tempels des Schwarzen Lichts zugeher hat. Gut, ich glaube, noch ein paar andere Namen. Wir könnten noch einigen, dass Marischal Dal Pato von uns gefragt wird. Der ehemalige Theaterbesitzer, der damals aus dem Schrank im Abenteuer befreit wurde, als die ganzen Illusionen in Garret für unser Umtriebe geschrieben haben. Und der kommt ja sowieso, denn der schürt ja das Stück auf. Genau. Und dann haben wir da Trottmann Karfeng. Genau. Einen Feind unserer Gruppe, zumindest jemanden, den wir versuchen wollen, mit allen Mitteln zu bekämpfen. Einen Feind? Ja, Karfeng hat sich ja definitiv als jemand herausgestellt, der auch andere Arme hungern lässt für seinen Geldgewinn. Und naja, wer seinen Geldgewinn über das Wohl von anderen Menschen ständt, in dem großen Sinn, wie er das tut, der ist ja wohl ein Diener nicht des Herrn Feck, sondern des Herrn der Gier. So, so. Was für eine Funktion hat der Trottmann Karfeng? Er ist Burgermeister von Garret. Oh, und der Feind der Helden. Und wir wollen ihn dann auf dieser Feier doch unter so, so, so großen sozialen Druck setzen, dass er uns sein Essen zu gutem Preis verkauft. Ich glaube, zwei wichtige Leute fehlen noch, und zwar Emmerant Störebrand, der Inhaber des Handelsholles Störebrand, und Baldram Springloff, der Direktor der Nordlandbank in Garret. Noch nie gehört. Emmerant wird wohl sehen wollen, wo sein Investor, also sein Kredit hingeht. Ansonsten noch weitere Namen wie Ferrari Eisenherr, derjenige, der die, ja, sechsspännigen Quadrigas, sechstigas baut, die schnellsten roten Wagen, die von einem Schumacher gefahren werden. Weitere Namen, die, glaube ich, keiner kennt. Viele, viele wichtige, die man dann nach und nach kennenlernt, einlädt, die hier rumlaufen, die teilweise auch noch nicht rumlaufen, weil sie nicht beim Turnier teilnehmen. Vor allem eben auch die Magier, die werden sich dann hier nicht die Blöße geben. Salda Foslarin ist nicht hier, Jigabal, Karechim ist nicht hier. Wir haben noch Gerano nicht, aber ihr könnt auf alle Fälle dann den einen oder anderen Namen von eurer Liste mal, ja, hinzufügen, streichen und nennen vor allem, dass ihr euch ins Gespräch bringt.